An Dienstleistungen bieten wir ein Full-Service-Paket an für kleine mittelständische Unternehmen oder auch größere, die ganz einfach Steuern sparen wollen. Wir machen die Buchhaltung, wir machen die Steuer, die Jahresabschlüsse, wir machen das Consulting, das heißt wir helfen den Firmen, auch dabei zu expandieren. Wir gründen mit denen die Firmen Offshore, Insure, wir begleiten zu den Taren, wir begleiten die zu den Banken, also das gesamte Paket auch bis hin zum Marketing und zum Business Coach. Alles das, was ein Unternehmen braucht, können wir dem Unternehmen liefern, aber im Fokus natürlich arbeiten wir mit den Unternehmen finanzamtkonform, damit Steuern gespart werden und ein Großteil der Firmen sparen bei uns hurante Summen und Sie können sich selber vorstellen, was momentan los ist in Deutschland. Ob, wenn ich jetzt 50 Prozent abgeben muss oder ob ich nur 12 Prozent oder 5 Prozent abgebe, das ist ein großer Unterschied und ich glaube, das hat jeder, nicht nur jeder Unternehmer muss das machen, das können sogar, jede Hausfrau kann besser wirtschaften als manch ein Politiker.